dieser begriff das gute leben wird aktuell taucht immer wieder auf im kontext als lösung für aktuelle krisen wer sagt aber eigentlich was das gute leben ist also es geht um die frage es geht um was wohlstand ist und das heißt die art und weise wie unsere gesellschaft sich bisher entwickelt hat die westliche gesellschaft ist nicht zufällig sondern es gibt um modelle und in unserer in der westlichen gesellschaft ist der glaube dass das auch das stadium der oxte auch das stadium der entwicklung das haben des massenkonsums ist wirtschaftswachstum ist in unserer gesellschaft das oberste stadt ziel alles wird diesem stadt ziel unterordnet und wir haben mit einer form der monokultur zu tun das ist wie sich städte entwickeln wie sich gesellschaften entwickeln sieht weltweit relativ ähnlich aus das heißt das feste modell ist im rahmen der neoliberal globalisierung zwar eine universelle monokultur geworden und gutes leben und das gute leben ist ein dachbegriff für alternativen zu dieser monokultur und ich glaube wir brauchen nicht eine bessere monokultur des vorstands sondern ich glaube dass vielfalt also ein wichtiges merkmal von gutem leben ist vielfalt statt monokultur und es gibt verschiedene traditionen in dieser debatten eine tradition ist im westen selbst das heißt schon platon und aristoteles haben sich mit der freie beschäftigt was das gute leben ist aristoteles sagte zum beispiel dass menschen glücklicher sind wenn sie sich unabhängiger machen von der materialität und zum beispiel mehr zeit für haben und freundschaften zu pflegen also was ist ein gutes leben es gibt eine philosophische tradition die sich mit dieser freie beschäftigt hat andererseits ist das gute leben auch die art und weise wie indigenen völker zum beispiel in troppenwald seit jahrhunderten leben und in lateinamerika in troppenwald ist das gute leben richtet sich das gute leben zum beispiel mehr am gleichgewicht anstelle des wirtschaftswachstums gleichgewicht mit der natur spiritualität spielt eine wichtige rolle man gestattet die beziehung nicht nach dem prinzip des fettbewerbs soll der solidarität und zusammenhalt also sind verschiedene werteinstellungen und das heißt so das gute leben ist auch eine orientierung zum beispiel an der innere natur und nicht nur an der äußeren natur das eine hat mit dem anderen zu tun wie wir mit der inneren natur umgehen ist wie wir mit der äußeren natur umgehen und und es geht auch um die frage was können wir von anderen kulturen lernen bisher haben wir unsere eigene lebensweise anderen völkern aufgezwungen von der missionierung über die kolonisierung modernisierung bis zu globalisierung und beim das gute leben ist eine debatte wo die lernperspektive sich trennen kann was kann der norden vom süden lernen warum die fragen danach warum ist das aktuell warum taucht der begriff in letzter zeit so oft auf ja es gibt verschiedene gründe erst mal glaube ich seine erkenntnis der psychologie dass menschen sich eher für von perspektiven überzeugen lassen die positiv sind die sich gut anfühlen und das heißt so wenn wir nachhaltigkeit mit katastrophischen katastrophen szenarien verbinden oder mit verzicht offenen sich die köpfe für diese für diese leitidee nicht so sehr wie in dem moment wo wir nachhaltigkeit positiv ausdrücken das heißt bei dem guten leben geht es nicht um verzicht sondern es geht um die emanzipierung der inneren natur unsere sehnsüchte unsere bedürfnisse unsere wünsche es ist eine positive definition von nachhaltigkeit und keine negative wofür steht das und nicht wogegen vielleicht ist das ein grund zum beispiel weil sonst denkt man nachhaltigkeit ist eine zusätzliche form von fremdbestimmung was haben wir davon wenn wir sowieso in der modernisierung globalisierung immer nur fremdbestimmung erlebt haben und ich glaube dass es dass ein wichtiges prinzip vom guten leben ist kein gutes leben kann fremdbestimmt sein also wie kann nachhaltigkeit als form der selbstbestimmung der emanzipation aussehen ich glaube für nachhaltigkeit für die transformation brauchen wir eine stärkere demokratie und keine drucko diktatur also vorstellung vom guten leben kann ja individuell sehr unterschiedlich sein jetzt im angesicht der klimakrise welche sind da noch verhandelbar und welche nicht also ich glaube ja was das gute leben ist ist immer etwas verhandelt werden will deswegen habe ich gesagt wir brauchen eine stärkere demokratie demokratie ist die frage wie wir in der vielfalt friedlich zusammenleben können und keine demokratie kann ohne gleichberechtigung gut funktionieren das ist eine wichtige voraussetzung für eine funktionierende demokratie ist dass die interessen die individualitäten sich als gleichberechtigt behandeln und jetzt haben wir die situation dass wir diese gleichberechtigung der gesellschaft nicht haben das heißt wir haben in deutschland eine autoindustrie die eine sehr starke lobby hat und diese mächtigen institutionen bestimmen unsere lebensweise sehr stark nicht nur indem sie die politischen entscheidungsprozesse stark beeinflussen sondern auch unsere kultur das heißt die art und weise wie menschen gebildet werden wie kinder erzogen werden und so weiter so die kinder werden mit dieser kultur schon im kindergarten ja das auto ist ein selbstverständliches spielzeug und schon da lernen die menschen dass bestimmte dinge ganz normal und selbstverständlich zu leben zum leben dazugehören das heißt es gibt zwei wege für die transformation ein weg ist konflikt das heißt wir wollen keine autos mehr auf die straße auf den straßen haben und andererseits gibt es menschen die denken das auto ist unverzichtbar es gibt eine autoindustrie und so also diese kräfte können im konflikt treten miteinander und es gibt eine eskalation die andere möglichkeit ist dass wir einen kulturwandel fördern wo viel leid ding hinterfragt werden das auto gehört nicht ganz normal zum leben dazu sondern es gibt alternativen also dass man auch diese ideologische mechanismen in der erziehung durch werbung das spielen und so weiter interfragt werden und das spektrum der optionen der praktiken erweitert wird und das schon vom kind auf in alle bildungsinstitutionen sollen wir das hinterfragen geht es auch um die für welche lebensstile wird in den medien geworben nicht nur durch werbung sondern auch in der ganze in der kulturelle produktion filme und so weiter also alle diese dinge müssen hinterfragt werden weil da wird eine bestimmte lebensweise die die imperialistische lebensweise implantiert also wir müssen diese kolonisierung der imagination in frage stellen also das ist der kulturelle weg kultur versus konflikt ja und der andere weg ist sind demokratische prozesse wo aber sehr wichtig ist eine augenhöhe zwischen den interessen weil sonst gibt es keine demokratie wenn eine mehr markt hat als die anderen und meine meinung ist dass wir vielleicht politik nicht nur auf bundesebene betreiben sollen weil da haben wir mit macht mit machtmechanismen zu tun wie kaum veränderbar sind sondern warum beginnen wir nicht in den quartieren mit der transformation indem wir die stadt zum gemeingut machen und gemeingüter werden nachhaltig bewirtschaften wenn die nutzer in eine kooperation miteinander treten das ist wenn die bewohner sich als nachbar in eine straße treffen und gemeinsam diskutieren welche verkehrspolitik wollen wir auf unsere straße welche energieformen wollen wir nutzen was wollen wir für das klima machen wie wollen wir zusammenleben und sie erleben sich nicht wie der autofahrer und der radfahrer wie das kind das spielen das das spielen möchte auf der straße und etwa sondern als nachbarn wir leben alle in einer wohngemeinschaft und haben verschiedene vorstellungen wie man in dieser wohngemeinschaft leben kann was passiert dann in einer wohngemeinschaft man setzt sich gemeinsam an den tisch und man versucht regeln zu finden für das zusammenleben sondern ich glaube dass wir müssen mit den demokratischen prozessen da beginnen wo die menschen sich als gleich erleben und die demokratie auch die möglichkeit hat performativ zu wirken indem man das quartier selbst stärker mit gestaltet nach eigenen vorstellungen das ist so meine vorstellung und wenn wir das in mehrere quartieren aber in mehreren gemeinden haben dass sich eine föderalistische bewegung bildet dann die rahmenbedingungen auf übergeordnete ebenen ändert mit einer anderen macht ja die macht der vielfalt gegenüber die mark zum beispiel der lobbies was müsste sich dann am bestehenden system ändern weil das prinzip der subsidiarität das das gibt es ja bereits war woran fehlt es im moment noch also in der schweiz wird dieses prinzip sicher konsequenter umgesetzt als in deutschland und sie ist die subsidiarität bedeutet dass in einer hierarchie der institutionen keine übergeordnete ebene befügnisse kompetenzen bekommen sollte die die untergeordneten ebenen genauso gut ausführen können können noch besser dass also in deutschland haben wir also die übergeordneten ebenen bundestag regierung haben sehr viel macht und je näher die institutionen an den bürger sind desto weniger macht haben sie obwohl oft die bürger in dem quartier am besten wissen was für ihr quartier gut ist und was was zum gemeinwohl dient und was nicht dass sie aber eine expertise aus dem alltag das oben nicht berücksichtigt wird und je höher die entscheidung getroffen wird desto mehr wird sie zu einem patent rezept das allen vorgegeben werden obwohl schon die quartieren und die menschen sie sehr stark unterscheiden in interessen und diese vielfalt wird nicht berücksichtigt das heißt meine meinung ist dass wir starke quartiersräte brauchen also institutionen die möglichst nahe den bürger sind die ortsteile in der schweiz sind die stärkste institution und nicht die schwächste in deutschland fehlt diese hierarchie ebene politische ebene weil wir haben erst die bezirke also wenn ich an bezirke bezirke berlin mit denke sind 300.000 menschen die in diesem bezirk sind es ist eine großstadt und darunter gibt es nichts wo bürger gemeinsam gemeinsam interesse werden nicht berücksichtigt und ich glaube darunter brauchen wir starke quartiersräte oder bürgerräte wo verschiedene menschen aus einem quartier ihre gemeinsamkeiten formalisieren können und sie politisch wirken lassen können was verkehrspolitik angeht was wohnpolitik angeht und so weiter was wir natürlich brauchen ist dann sind auch mechanismen der umverteilung der ressourcen weil wir in den letzten jahrzehnten auch eine sozialen entmischung in den quartieren erlebt haben das heißt die reichere leute sind immer mehr unter sich die ärmere menschen sind immer mehr unter sich und wenn wir aus dieser perspektive definieren was das gute leben ist dann kommen wir zu dem ergebnis dass die privilegierten das gute leben ganz anders definieren als die ärmere und jeder unter sich bleibt und das problem ist es gibt kein gutes leben auf kosten anderen das heißt wenn wir über nachhaltig und entwicklung reden wir nicht nur über eingriffe in das leben der ärmeren menschen sondern wir müssen auch die privilegien in fragen stellen und quartiersräte bedeutet für mich nicht dass eine nachbarschaft sich selbst allein vertritt weil dann fehlt die brücke zu globaler verantwortung auf festen kosten leben wir gerade sondern ich glaube es ist sehr wichtig dass die quartiersräte dann zu elfte aus den nachbarschaften selbst besetzt werden und zuelfte aus kompetenzen aus einem wissen von außen zum beispiel aus den sozialen bewegungen was umwelt angeht was globale verantwortung geht was kultur angeht und so weiter also es geht nicht um eine reproduktion der inneren verhältnisse sondern diese austausch mit dem außen ist auch sehr wichtig muss auch in den institutionen vertreten sein ich glaube was im moment fehlt ist ein wunsch der oberen institution auf privilegien und macht zu verzichten und die macht neu zu verteilen von oben nach unten und wenn das nicht passiert müssen wir einfach einen druck unten schaffen so dass auch diese rahmenbedingungen verändert werden wenn ich jetzt die frei des vor future bewegungen wäre ich glaube dass wir nicht wirklich weiter kommen ohne konflikt und eskalation wenn wir einfach nur unsere forderung auf den klimaschutz fokussieren sondern ich fände wir brauchen einen zwischenschritt und dieses zwischenschritt wäre für mich unkonventionelle allianzen zu bilden auch mit anderen bereichen um die möglichkeit der direkten demokratie in deutschland zu stärken was auch zum beispiel die möglichkeit betrifft volks entscheide durchzuführen dann geht es nicht mehr um die freiheit des klima und die politik kann denken das ist sozusagen die lobby für das klima aber da wenn wir auch die lobby für das auto wir müssen vermitteln sondern es geht um die freiheit der demokratie und ich glaube da sind die gruppen die diese frage unterstützen wollen viel großer viel mehr als nur das klima so das wäre für mich der nötige zwischenschritt partizipation die du ja stärken möchtest ist einfach sehr sehr anspruchsvoll du bist ja auch initiator des tag des guten lebens kannst du erzählen von deinen erfahrungen dort mit menschen mit partizipation in solchen komplexen prozessen ja also ich habe bisher in großstädten die transformation versucht und also man darf transformation nicht so gestalten wie die modernisierung das heißt ich weiß es besser wie die menschen zu leben haben und dann gehe ich den quad in die quartier und stelle mich so auf dem podium und ich versuche die andere zu belehren also bisher habt ihr gelernt wirtschaft wachstum ist wichtig und jetzt erzähle ich euch etwas anderes und vorher solltet ihr heute unter unterordnen und jetzt meine botschaft unterordnen ich glaube dass man erst mal da die transformation muss dort beginnen wo die menschen sind mit ihren eigenen bedürfnissen und ich habe in berlin die erfahrung zum beispiel gemacht dass wenn ich von lebenswerten quartiere spreche oder von aufwertung von öffentlichen räumen dass viele menschen ein rotes gesicht bekommen weil sie darunter verstehen okay dann gehen die mieten nach oben und das gute leben bedeutet für mich ich werde hier ausgegrenzt und verliere meine wohnung da kommen die grünen akademiker die andere eine andere prioritätsliste haben als sich und wollen mir erzählt was das gute leben ist und dann ist das gute leben für mich höhere mieten sowie nehmen wir diese menschen mit ihren eigenen interessen und bedürfnissen auch in die transformation mit ja wir stellen uns nicht welche klimapolitik braucht die transformation aber was ist mit der wohnpolitik also wir müssen ganzheitliche konzepte entwickeln mit den menschen selbst und nicht unsere perspektive über die anderen setzen das ist etwas was die modernisierung nicht gemacht hat die menschen selbst einbeziehen in die transformation partizipativen kann die entwicklung den menschen menschen gerecht sein wenn wir die menschen nicht einbeziehen sondern uns über die menschen stellen eine andere erfahrung die ich gemacht habe ich habe gedacht wenn man nach berlin kommt mit der transformation und so eine idee ist dass ihr am leichtesten wahr ist dass gerade in großstädten menschen belasteter sind durch den informationsfluss durch die vielfalt der möglichkeiten ja und sie haben dann keine große bereichschaft sich an der neue idee zu binden sondern heute passiert das morgen passiert das und ich habe keine zeit es ist immer so ein konsumieren von ideen aber menschen richtig zu aktivieren für etwas neues braucht es gerade in der großstadt so mehr einsatz obwohl die leute die idee gut finden bedeutet nicht dass sie die ressourcen dann auch dafür zur verfügung stellen können und was entscheidend dabei ist ist das persönliche gespräch und nicht so eine nachricht über die medienliste sondern nach zwei jahren dran so arbeit für die transformation was sehr viele prozesse ausgelöst hat war ich setze mich mit den menschen auch mal unter vier augen vier mal zusammen ja erst mal muss vertrauen entstehen dann fühlen sich die menschen auch wertgeschätzt und nicht einfach als individuum in eine masse und diese wertschätzung erspricht mit mir wir wollen uns persönlich kennenlernen ist sehr wichtig um menschen dann zu aktivieren und ihnen auch das gefühl zu geben sie müssen nicht etwas unterstützen sondern es geht um mitgestaltung von prozessen sind zwei verschiedene dinge was ich in der transformation mache ich hoffe räume für das neue und ich versuche gruppe brücken zwischen den verschiedenen milieus aufzubauen was noch eine erfahrung ist städte in städte liebte lebt eine vielfalt oft räumlich sehr nah aneinander aber das bedeutet nicht dass die vielfalt miteinander so die menschen in der vielfalt miteinander kommunizieren manchmal ist nur eine wand dazwischen aber es ist sehr schwierig diese diese unsichtbare mauer zwischen den milieus abzubauen das heißt zu den treffen kommen immer sehr viele akademiker weiße menschen was ist mit den anderen wie kriegt man sie an den tisch und was wir gemacht haben ist wir haben nie verlangt dass die menschen zu unseren orten kommen wir treffen uns gerne in der universität oder im ngozentrum und so wir versuchen die treffen für solche prozesse mehr dort zu veranstalten rotierend dort in den raum wo sich die milieus selbst treffen in der moschee in der evangelischen kirche also man muss sich auch selbst bewegen und zu den menschen gehen und nicht erwarten dass sie zu einem kommen und jedes quartier hat ein eigenart sie muss immer berücksichtigt werden was sie können funktioniert funktioniert nicht unbedingt in berlin sondern man muss immer diese eigenart berücksichtigen so sind einige lehren aus meiner erfahrung du sprachst die herausforderung an so repräsentativität sicherzustellen was sind da so ideen wie man das erreichen kann also repräsentativität bedeutet dass der bürger nicht zum objekt oder konsument von politik wird oder betrachtet wird sondern zu einem subjekt der politik gemacht wird wenn kommunen partizipation sozusagen vorschreiben dann geht es normalerweise um die information der bürger und nicht um die möglichkeit dass die bürger politik mit gestalten dürfen das heißt partizipation ist nicht gleich partizipation sondern wir haben schwache formen von partizipation also partizipation als form der konsultieren der bürger oder informieren der bürger bis zu starke formen von partizipation oder bürger mit gestalten kann wo es um selbstermächtigungen der bürger geht wo sie sich selbst die stadt machen und dafür die transformation brauchen wir bürger partizipation als möglichkeit der mitgestaltung ich war auch in parteien in meinem leben und da geht es um eine form von politik wo das delegieren sehr wichtig ist und sich dann in bestimmten kreisen politische blasen bilden mit einer eigenlogik und ich hatte das gefühl mit dieser form von politik kommen wir in der transformation nicht weiter ich weiß nicht was die alternativen genau sind aber ich hatte das gefühl wir brauchen alternative räume der politik wo demokratie auch weiterentwickeln werden kann weil die eigenlogik der dominante von von politik so stark ist dass man da wenn man mitglied in eine partei wird nicht wirklich weiter kommt wenn man die gesellschaft wirklich ändern kann sondern die leute landen irgendwo immer in mechanismen wo sie viel zeit brauchen im bundestag um diese bürger die sich anzupassen und wo man dann letztendlich so mit lobbyisten zu tun hat und sie sich durchsetzen und so weiter also wie können wir diese blase durchbrechen ich glaube wir brauchen erstmal real laboren wo neue formen wo politik anders erlebt werden kann real laboren die nicht nur virtuell sind sondern mit konkreten räumen verbunden sind wie wäre es wenn in jeder straße eine kleine selbst erwarte akura wäre und ich habe die erfahrung gemacht in den quartieren dass die leute auch verlernt haben wie man verschiedene interesse in einer straße verhandelt viele haben auch nicht die geduld für die langen diskussionen manchmal ist das wort auch kein inklusives instrumenten weil viel politik findet über das wort statt wie wäre es wenn wir die formate auch ein bisschen ändern ich habe auch die erfahrung gemacht dass auch brückenbauer grenzgänger moderatoren in solchen prozessen sehr wichtig sind auf jeden fall dass die menschen sehr viel verlernt haben im vergleich zu den 70er jahren so ich kenne auch meine ätherne ihre politische kultur die leute sind die die individualistischer geworden und geduldiger geworden also wie kann man zusammenleben und interessen verhandeln wir brauchen auch schulungen in den quartieren und der tag des guten leben ist auch eine art schulung für stärkere formen der demokratie und demokratie funktioniert besser wenn vertrauen zwischen den akteuren vorhanden ist also eine diskussion entscheidungsprozesse in einer vertrauten atmosphäre sind viel schneller effektiver effizienter als entscheidungsprozesse in einer atmosphäre des misstrauens wo jeder auf jeden aufpasst das heißt für eine funktionierende demokratie brauchen wir erst mal vertrauensarbeit eine kultur des vertrauens und das ist auch ein prinzip von takt des guten lebens wenn diese vertrauens da geschaffen ist dann können wir mit den nächsten schritten vorangehen der mensch ist ein gefühlswesen also die transformation da beginnen wo die menschen sind bedeutet auch die menschen als gefühlswesen das wissen wir von der psychologie das gefühl und emotionen unsere verhalten am stärksten beeinflussen dann müssen wir vielleicht mit diese mit dem lagerfeuer beginnen in der demokratie und nicht mit der powerpoint präsentation und jetzt wird die entscheidung und es geht um wettbewerb macht sondern woanders ansetzen das ist auch keine erfahrung es gibt viele menschen die angesichts der klimakrise ein großes bedürfnis nach schnellen lösungen haben nach einfachen lösungen haben dass die politik jetzt den großen schalter umlegt wenn ich dir zu höre du sprichst von komplexen sozialen prozessen die auch zeit brauchen warum ist das so wichtig faktor zeit nee warum die kommt warum es so wichtig ist sich auf die komplexen sozialen prozesse einzulassen und nicht von oben den schalter richtung nachhaltigkeit umzulegen also den weg den ich hier beschrieben habe ist man braucht einen höheren einsatz an ressourcen am anfang des prozesses und die beteiligung zu schaffen die interessen zusammenzubringen aber der weg danach ist viel leichter die gefahr ist wenn wir das schnell von oben nach unten durchsetzen dass wir am anfang uns dass es am anfang effizienter ist aber später mit konflikten zu tun haben die einen ganz anderen ressourceneinsatz benötigen und dann wer sagt mir dass also die gefahr von top down strategien ist dass wir eine strategie legitimieren die selbst teil des problems ist wer sagt mir dass sich da die nachhaltung das nachhaltige interesse durchsetzt und nicht das nicht nachhaltige also wir legitimieren durch top down strategien ein teil des problems weil genau durch diese top down strategie sich bisher auch das falsche durchgesetzt hat oder scheinlösungen wie moderiert man aber auch dann in diesen komplexen prozessen die leitlinien so dass am ende echte nachhaltigkeit rauskommt deswegen würde ich im lokalen beginnen weil das lokale beinhaltet auch eine reduktion von komplexität auf eine andere ebene das heißt wenn man von oben handelt und man hat eine große komplexität und man tendiert dazu auch so eine arbeitsteilung beschäftige mich mit umweltpolitik eine mit sozialpolitik und so weiter also irgendwo reduziert man die komplexität immer oben indem man sich spezialisiert auf bestimmte thema weil dann verliert man den blick für das ganze es gibt lobbyinteressen ja aber das ganze meine meinung ist wir müssen irgendwo die komplexität reduzieren weil der mensch selbst ein limitierte wesen ist kognitiv das sollten wir auf eine andere art und weise machen lasst uns mit der transformation in der straße beginnen im quartier da dürfen alle themen an dem tisch diskutiert werden in was für eine stadt wollen wir leben wie wollen wir zusammenleben welchen verkehrs wollen wir es gibt eine überschaubarkeit und die menschen kennen sich persönlich weil sie im tag miteinander verkehren und diese sich persönlich kennen schafft eine atmosphäre des vertrauens wo demokratische prozesse ist viel leichter aber als da wo es anonymität entsteht da oben eine entscheidung zu treffen ohne zu wissen was diese entscheidung mit den menschen lokal macht das ist so vielleicht das falsche beispiel wie eine bombe aus 3000 meter runter werfen ohne zu wissen was die bombe runter macht ich habe keinen kontakt zu den opfern das heißt da kann auch keine empathie entstehen in einem quartier wo die menschen sich zu personen kennen ist das anders also komplexität wird reduziert indem wir mit dem lokalen beginnen wenn man kann unmittelbar erfahren was entscheidungen auch wie sich entscheidungen auswirken man kennt die menschen die da leben und vertrauen ist auch eine art und weiß wie man soziale komplexität komplexität reduziert diese vertrauen kann auf anderen ebenen so nicht nicht entstehen und man hat die möglichkeit nicht über die problem zu reden sondern direkt an zu packen und auch selbst wirksamkeit zu erfahren als bürger gleichzeitig wenn man in einem quartier fehler macht ja wirken sich diese fehler nicht auf der auf der ganzen welt wie wenn man oben in der wto entscheidungen trifft dann ist diese fehler global sondern im lokalen sind auch real labore wo jeder von jedem lernen kann so welche fehler sollten wir nicht machen oder was klappt gut man schafft auch vorbilder der nachhaltigkeit auf diese art und weise das heißt nicht alle quartiere müssen das gleiche machen aber wenn zwei drei quartiere eine stadt gebe die andere wege gehen sich das anzuschauen ist viel überzeugen und das mitzuerleben ist viel überzeugen dass das darüber erzählen gibt es trotzdem auf der bundesebene regelgestaltungen die vorgenommen werden sollten die dann für alle verbindlich sind also wenn jetzt ein klimabesetzgeber und klimapakete in ähnliche vorhaben denkt oder sollte sich gänzlich der prozess von unten nach oben gestalten also es ist auch eine form von es ist auch eine entlastung wenn es ein gesetz gibt das heißt es geht um die rahmenbedingungen und ohne gesetze sieht nachhaltigkeit so aus dass ich in den supermarkt geht oder in die geschäfte und selbst als bürger für die nachhaltigkeit zuständig bin dass ich muss mir alle infos auf den produkten so durchlesen woher kommt das produkte wie ist das produkt gebaut ist gesund oder nicht woher kommen die rohstoffe also wenn der bürger und der verbraucher für die nachhaltigkeit allein zuständig wäre wie viel zeit müssen die verbraucher beim einkaufen verbringen und am ende sicher zu sein dass das was sie gekauft haben nachhaltig ist und es ist eine entlastung wenn man ein gesetz der das sagte alles was verkauft wird muss nachhaltig produziert werden nach bestimmten kriterien dann muss ich mich nicht jedes mal damit beschäftigen sondern es gibt eine entlastung das heißt das sie muss immer eine veränderung der rahmenbedingungen sein aber meine erfahrung ist wir sind von oben nach unten bisher da nicht sehr weit gekommen 24 internationale klimakonferenzen wie sie hat sich die co2 emissionen bundesweit reduziert nichts dann ist auch eine notlösung sozusagen dass wir andere wege gehen müssen und dadurch den druck von unten also es geht nicht nur da es geht nicht darum dass der verbraucher im supermarkt nachhaltiger kauft oder das für die quartiere ein bisschen nachhaltiger sondern das ziel muss auch sein also die transformation aus dem aus dem lokalen heraus also nicht nur im lokalen sondern aus dem lokalen heraus voranzutreiben indem man eine neuartige bewegung schafft wo nicht nur soziale bewegungen in dazu gehören sondern auch die nachbarschaften dass wir eine ganz andere kraft und dann mit diesem druck wir die rahmenbedingungen die gesetzen die politik ändern so die idee dass diese neuartige allianzen ein inspirationsquelle war ein buch rebellische städte von einem englischen geograf da wird habe ich einen lapsus auf jeden fall so in lateinamerika beschrieb er in seinem buch das gewährschaften bei protesten bei streiks allianzen gebildet haben mit den nachbarschaften um die betriebe herum und dass diese form von unkonventionelle allianz eine kraft entwickelt hat die sich sehr erfolgreich durchgesetzt hat in den nachbarschaften haben die menschen eine kompetenz sie kennen den alltag sie kennen die bedürfnisse der menschen die da leben diese kompetenz ist oft bei den verbänden bei den insios bei den umweltinitiativen nicht vorhanden sie kommen in die quartiere rein und denken das ist das beste ohne sich mit den bedürfnissen der menschen auseinandergesetzt haben und das kann auch schiefgehen weil sich die menschen dann fremdbestimmt fühlen und nicht wertgeschätzt fühlen diese gleichen augenühe muss auch in den verhältnissen zwischen bewegungen und menschen vorhanden sein also was viel bei der modernisierung kritisieren müssen wir selbst vorleben und da muss man auch den eigenen abitus hinterfragen also eine frage eine sache ist ob ich über demokratie rede und vielfalt eine sache ist ob ich demokratie und vielfalt vor leben das miteinander teilen also was ich nicht glaube ist dass vorschritt uns in der transformation weiter bringt also elektroauto ist für mich eine schein elektroauto ist für mich eine scheinlösung ist eine beruhigungspille und die alternative zum auto kann nicht das auto sein in eine andere form es gibt im moment bund weltweit einem eine milliarde komma eins also 1,1 milliarden autos die unterwegs sind wie möchte man diese autopark mit elektroauto ersetzen ohne sich die frage zu stellen woher kommen die rohstoffe und welche kosten aber so auch da leben wir auf kosten anderen sondern ich glaube dass das ziel der transformation eine reduktion des konsums sein muss unter der bedingung dass privilegien und kosten der entwicklung umverteilt werden dass eine umverteilung stattfindet und soziale umgleichheit ist ein großes hindernis in der transformation also menschen teilen miteinander wenn eine form von gleichheit ist gleich und gleich gesetzt sich gern und das ist auch in den quartieren ein problem reiche leute bleiben unter sich die akademiker unter sich und die anderen unter sich das heißt wenn wir an transformation denken müssen wir uns überlegen wie können formen des ausgleichs in der kommunikation stattfinden so dass die leute die selbst zu betreiben wo ich kann nicht gut reden ich bleibe lieber zu hause sich wertgeschätzt fühlen und wenn sie teilnehmen dass sie nicht sich die akademiker anhören müssen sondern das gefühl haben so wie werden ernst genommen und unsere perspektive wird ihr einbezogen also wir brauchen formen des ausgleichs in unseren prozesse der transformation nicht eine reproduktion von sozialen ungleichheit darüber sollte man sich gedanken machen aber ich stelle mir die frage so ganz ohne konflikt wird es ja an manchen stellen nicht gehen also wenn jemand per se am auto festhalten will ja ohne konflikt geht es nicht trotzdem finde ich wichtig dass auch eine reflexion innerhalb der bewegung stattfindet weil ich manchmal auch in alternativen bewegungen kulturen gesehen habe eine revolution der dominanten kultur gesehen habe also in einer alternativen bewegung zu sein bedeutet nicht dass man da kein wettbewerb oder keine macht dynamiken erlebt oder keine gruppendynamik wie wir und sie in und outgruppe und ich finde wenn wir die transformation wollen dass wir uns auch über sozialpsychologie ja gedanken machen und nicht nur über das politische ziel der weg ist das ziel und der weg betrifft nicht nur demokratie und so sondern auch die antwortweise wie wir miteinander innerhalb von bewegungen auch umgehen ob wir da wertschätzung erfahren oder etwas anderes ja also diese die modernisierung die globalisierung ist manchmal auch in dem habitus von menschen die auf der seite der alternativen sind das muss reflektiert werden du hast mal gesagt wenn man freiräume schafft zum beispiel in der stadt dann passiert da nicht automatisch nachhaltigkeit sondern es werden auch kulturelle muster reproduziert wie kann man damit umgehen ja dann ist in der tat eine interessante erfahrung so wenn wir freiräume in den quartiere machen in dem die straße autofrei ist und da darf jede nachbarschaft selbst entwickelte konzerne des guten lebens erleben dann bedeutet diese freiheit nicht dass die leute daraus die revolution machen und alle probleme lösen sondern meine erfahrung ist sie machen daraus ein quartiers fest ja und essen zusammen das heißt die kulturelle muster die einen tag vorher gültig fahren werden auch in dem freiraum reproduzierten nicht verändert also man kommt ihm in die vertraute mentale kategorien rein und ich habe mir so die tatsächlich die frage gestellt wie kann diese selbstzensur ich darf jetzt hier nichts nicht rebellieren oder nichts subversives machen obwohl ich den freiraum haben und mich jeden tag so über viele dinge ärgere warum nutze ich nicht die freiheit um diese ärger ausdruck zu zu verleihen und eine andere politik hier zu machen warum passiert das nicht und ich fände interessant hat zum beispiel mit künstlern zusammenzuarbeiten die diese die die mentalen räume des möglichen erweitern weil diese räume manchmal die mentalen räume wie können wir freiheit nutzen bei den menschen sehr eng gebaut sind also wie kann man diese mentalen räume erweitern wie kann man die köpfe dekolonisieren vielleicht in mit der zusammenhabe mit der kunst also ich denke an wochenklausur zum beispiel in wien sie machen sorge der künstler denkt thema ich darf dinge machen die die bürger für sich nicht in anspruch nehmen die freiheit der kunst ja und wenn bürger ein aus besetzen ist das ein verbrechen sozusagen und wird entsprechend verfolgt wenn ein künstler ein aus besetzt ist das eine künstlerische aktion und wochenklausur versucht diese künstlerische freiheit zu nutzen um neue akzente zu setzen um die innere selbst zu des bürgers sozusagen ein bisschen umzugehen mit dem bürger zusammen im alltag auch wenn wir die freiheit haben tendieren wir wie automaten uns zu bewegen wir zehn jahre lang immer das gleiche jeden tag gemacht haben machen wir nicht das gegenteil wenn wir einen tag aus dem gefängnis austreten sondern wir sehen uns nach dem gefängnis und der ordnung das ist ein tag des guten lebens endet das eben auch nicht aber macht er als real labor macht solche mechanismen auch sichtbar und dann kann man darüber reden und sich gedanken machen so wie kann man da ansetzen und da wird auch die macht der kultur sichtbar das heißt wir haben hier in deutschland keine diktatur aber es gibt eine kultur die sehr stark verwurzelt ist und auch durch die massenmedien die bildungsinstitutionen verbreitet wird also diese mechanismen zu erkennen ist für die transformation sehr wichtig und auch die zusammen also ich habe auch bei attack deutschland schon vor 16 jahren kultur attack gegründet das heißt ich sehe so große potenziell in der zusammenarbeit zwischen politische bewegung und kultur und kunst auch wenn manchmal die politische bewegung auch keine blase für sich sind und der kunstliche bericht betrieb ganz andere möglichkeiten hat um dinge auszuprobieren mentale möglichkeitsträume zu erweitern oder dinge auch zu hinterfragen in berlin habe ich eine initiative zu der nachbarschaft eingeladen werden gehört die stadt weil in der nachbarschaft das thema wohnpolitik gentrifizierung sehr stark gefüllt würde und dann waren am ende dieses treffens viele anwohner erschreckt wegen der sprache mit denen die eigenen interessen zum ausdruck gebracht worden sind also ich bin auch kapitalismus kritisch habe die sprache die da verwendet worden ist von dieser initiative wem gehört die stadt war so dass die leute das gefühl hatte es geht hier um meine ideologie es geht hier um eine subkultur die sich selbst reproduziert auch selbst bezogen ist und es geht nicht wirklich meine eigenen ängsten interessen das wird zu wenig reflektiert ja also man pflegt sozusagen die eigene subkultur in einem kreis der sehr vertraut ist wenn man hat keine erfahrung wie man sich wie man aufeinander wirkt mit der eigenen symbolik mit der eigenen sprache sondern das spielt eine wichtige rolle weil sie werden also man wird sich mit dem mit den guten zielen ja gerechtigkeit solidarität die ich teile auf diese art und weise kommt man nicht weiter sondern man bleibt unter sich da sind die bösen und wir wissen wer es zu laufen hat ja gerne ja 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 ja